wir hatten wieder weg 119 hier noch so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wieder muss jemand aufräumen So Dann wenigstens haben sie bald die erste Schicht weg schon Hier geht's zum Glück recht schnell, weil sie erstens gleich an der Treppe sind Oben Und weil sie allgemein nicht so weit weg sind Da hinten hat's halt ne Weile gedauert, weil wir ein bisschen von hier hinten nach da vorne erst gelaufen sind, dass sie sich wahrscheinlich wieder ständig blockiert haben Was sie ja so gerne gemacht haben Was ist das? 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 Äh, was machst du da? Böse aus Verweisen 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 Und wir räumen dann mal auf Und dann fangst du schon mal an, hier ein bisschen die Treppe wegzumachen Tux Oder Tux Findest du den Weg nach da oben, bitte? So, dann können wir nämlich die Treppe auch schon mal einreißen So, und die noch da hinten schicken Sie werden dann bei einer guten Metern 定 So. So. Wieder gerade Zahl. Meine Jete. Wie sieht es bei euch denn hier aus? Oh, wir können mal wieder schieben. Ein Stück weit jedenfalls. Okay, wir können noch weiter schieben. Das war jetzt zu viel. Gut. Was machst du hier unten schon wieder? Ja, du fachst dich mal voll und holst von hier unten was. Auch gut. Ohlala. Nein, du brauchst nicht. Das kriegt Deimos doch alleine hin, auch wenn du Deimos wieder die Steine geklaut hast. Nein, wir haben bald die erste Schicht weg. Was doch schon mal gut ist. Die zweite ist auch schon löchrig wie ein Schweizer Käse. Aber interessant, dass hier zweimal dasselbe Muster reingemacht wurde. Sogar so ein bisschen versetzt. Wie zwei Ausrufezeichen oder zwei Fußabdrücke. So verpixelte. Also, wenn ihr versteht. Äh, nicht so. Äh, doch etwas mehr Abstand. Wenn man sagt, das hier ist ein Fuß. Also, ein Schuhabdruck mehr oder weniger. Von Schuhen mit Profil. Dass das hier sozusagen die Ferse ist und hier die Vorderseite. Also, sozusagen so Schuhe. Äh, ich habe die PIXEL-Style. Äh, ich habe die PIXEL-Style. Sozusagen so ein Schuh. Wenn man das erkennen kann, dass das ein Schuh sein soll. Und nicht ein Bügel-Eisen. Da waren sie mal wieder fleißig im Dreck machen. Ach, warum denn? So. 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 Ja, hier haben sie auch wieder ganz komische Formungen. Okay, euch bei muss ich jetzt auch wieder heften. Oder so geht's auch. Ja, ja. Aua, der fällt da auf. Wie praktisch. Äh, das war zu viel des Guten. Äh, und ich hätte's gern nach oben. Aufgefüllt, bitte. Ich hab gebaut. Okay. Ich habe jetzt noch mal wieder��en. Okay, ich bin schon mal dran. Wie sieht das? Ich bin schon mal dran. Ich bin schon mal dran. Ich bin schon mal dran. Es ist schon mal dran. Ich bin schon mal dran. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo rennt Bestiol wieder hin? Oh, Bestiol rennt zum Lager zurück sehr gut, auch wenn er kurz mal die Orientierung verloren hatte. Wohl zur Hölle, hast du schon wieder Steine verloren oder vergessen? Vor allem um 18. Hä? Im Fall würde ich sehe hier keine Steine mehr rumliegen. Ah, jetzt sind wir bei zwei... Ja, ja. Ich hoffe, du gehst wenigstens und füllst auch da hinten auf, wo Steine... Wollt ihr mich veralbern? So... ... Was ist das? Oh Ja, sieht sehr ulkig aus. Na, Norwon, überdenkst du deine Taten nochmal? Nein, tut er nicht. Norwon ist auf Abwägen, Abbruch, Alarm. Schick die Garde los. Oder so ähnlich. Schick die Garde los. Schick die Garde los. Geh! Und wieder hat einer übertrieben. Und wieder hat einer übertrieben. Und wieder hat einer übertriebenen. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.